ja hallo und herzlich willkommen meine lieben Bienenfreunde zu einem neuen Nachrichtenvideo hier auf nordbiene.de es gibt Neuigkeiten im Strafverfahren gegen mich wegen des Besitzes und der Anwendung von kristalliner Oxalsäure und zwar habe ich heute wieder Post bekommen vom Amtsgericht Kiel. Es liegt ein Beschluss vor und in diesem Beschluss heißt es unter anderem in dem Strafverfahren gegen Kai Michael Engfer wegen Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz hat das Amtsgericht Kiel am 21. Dezember 2021 beschlossen. Erstens das Verfahren wird hinsichtlich des Angeklagten Kai Michael Engfer mit Zustimmung des Angeklagten und der Staatsanwaltschaft gemäß § 153a Absatz 2 Strafprozessordnung vorläufig für die Dauer von vier Monaten eingestellt. Zweitens dem Angeklagten Kai Michael Engfer wird zur Auflage gemacht 500 Euro Geldauflage bis spätestens 01.02.2022 zu zahlen an Infozentrum Dosenmoor e.V. in 24536 Neumünster. Was für eine erfreuliche Post, was für ein Stein meine lieben Bienenfreunde, der mir hier vom Herzen fällt. Das Strafverfahren, das wird eingestellt gegen eine Geldzahlung. Was für eine tolle Sache. Mir fiel heute wirklich ein Stein vom Herzen. Ja, was heißt es nun auf Deutsch? Also das Strafverfahren ist hinfällig. Es wird kein Ermittlungsverfahren gegen mich mehr bestehen. Ich werde nicht verurteilt. Es wird keine Eintragung ins Bundeszentralregister geben und ich werde auch nicht vorbestraft sein. Ja, eine tolle Geschichte. Einstellung des Strafverfahrens und des darin enthaltenen Ordnungswidrigkeitenverfahrens wegen der Anwendung von kristalliner Oxalsäure. Richtig toll. Das ist ein Tag, an dem ich mich richtig freue hier. Ihr könnt mir das heute glauben, welch Stein mir hier vom Herzen gefallen ist. Ja, richtig schön. Was heißt nun diese Auflage, diese Einstellung gegen Auflage? Ich zahle 500 Euro in diesem Fall an das Infozentrum Dosenmoor. Ich blende es hier kurz ein, um den Namen nicht zu vergessen. Genau, Infozentrum Dosenmoor. Das war ein Vorschlag meinerseits, weil ich mich schon seit vielen Jahrzehnten für den Schutz und den Erhalt unserer fast ausgerotteten, hier in Deutschland ausgerotteten Hochmoore einsetze. Und dieser Vorschlag, der ging an das Amtsgericht Kiel. Und das Amtsgericht hat diesen Vorschlag nunmehr umgesetzt. Zunächst hatte ich vor, eine Zahlung zunächst an den Bundesverband Dunklebiene Deutschland e.V. zu leisten. Aber da hat das Amtsgericht festgestellt, dass dort keine Gemeinnützigkeit, dass dieser Verein nicht gemeinnützig anerkannt wurde, als gemeinnützig anerkannt wurde, steuerrechtlich. Von daher war eine Zahlung an den Bundesverband Dunklebiene Deutschland e.V. nicht möglich. Aber umso mehr freut mich natürlich, dass mein Vorschlag hier der Zahlung an das Infozentrum Dosenmoor e.V. akzeptiert wird. Ja, ich habe bereits Kontakt mit dem Verein aufgenommen und der zweite Vorsitzende, ein Biologe, hat sich bereits bei mir telefonisch gemeldet. Wir haben ein bisschen frachgesimpelt über die Biologie der Moore allgemein und auch der dunklen Biene. Ja, und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich freue heute hier. Also eine richtig tolle Entscheidung, ein toller Beschluss. Ja, so sieht es aus. Das Verfahren ist damit durch. Wie lange war das jetzt? Waren das jetzt drei Jahre oder waren das zwei Jahre? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich glaube, zwei Jahre Ermittlungstätigkeit. Das ist nicht unbedingt eine Erleichterung für meine Arbeit, aber mit diesem Beschluss hier Anfang 2022 kann ich jetzt mit freiem Kopf, mit frischem Kopf und mit frischer Energie durchstarten. Gerade auch in meinem Engagement, das Verdampfen von Oxalsäure in Deutschland zu legalisieren, zuzulassen, zumindest zu entkriminalisieren. Das wäre richtig schön. Einige von euch, die haben mich gefragt, wie kann man mich finanziell unterstützen? Bisher habe ich mich da eher sehr zurückgehalten in meinen Antworten. Aber ihr seht, es sind ja nun doch Kosten auf mich zugekommen. Wie gesagt, 500 Euro plus Gerichtskosten, die wahrscheinlich noch auf mich zukommen werden und auch Rechtsanwaltskosten. Wenn ihr euch an dieser Zahlung beteiligen wollt, wenn ihr mich also unterstützen wollt in dieser Sache, dann könnt ihr das mittlerweile gerne tun. Ich habe inzwischen ein Spendenkonto eingerichtet, einen Spendenlink mit einem Paypal-Button. Ich verlinke hier unterhalb dieses Videos zu diesem Link. Und wer mich unterstützen möchte, wie gesagt, der kann das auf dieser Spendenseite sehr gerne tun. Euch schon mal ganz herzlichen Dank für eure Unterstützung. Ja, ich werde das Geld in Kürze überweisen. Ich habe ja nicht mal allzu viel Zeit. Dem Gericht werde ich dann die Zahlungsnachweise übermitteln, die Zahlung beweisen und dann warte ich auf den endgültigen Beschluss über die endgültige Einstellung dieses Strafverfahrens gegen mich, das auch das Ordnungswidrigkeitenverfahren enthält. Ja, was für eine schöne Entwicklung, was für eine erfreuliche Entwicklung hier. Die Klärung der Zulässigkeit oder der Straffreiheit des Anwendens von Oxalsäure ist in einem Strafverfahren dieser Natur schwer möglich und auch nicht besonders opportun. Von daher werde ich das Ja und den freien Kopf nun nutzen, auch in eurem Sinne, mich für das Verdampfen von Oxalsäure hier weiterhin einzusetzen. Ich habe es euch versprochen bereits im letzten Jahr und der Kampf, der geht jetzt erst richtig los. Ja, ich freue mich heute über diese Gerichtsentscheidung hier und bin gespannt auf die weitere Entwicklung. Das Geld ist übrigens gut angelegt. Wie gesagt, 500 Euro Spende an das Infozentrum Dosenmoor e.V. ganz in meiner Nähe hier. Auch zu dieser Seite verlinke ich unterhalb dieses Videos. Besucht gern mal das Dosenmoor. Es gibt nicht mehr viele Hochmoore in Deutschland, die so gut erhalten und so gut renaturiert werden, wie dieses Dosenmoor hier bei Neumünster. Eine ganz tolle Geschichte und ich freue mich, dass ich hier diese Arbeit unterstützen kann. Es ist nicht nur eine Öffentlichkeitsarbeit, auch eine Öffentlichkeitsarbeit, aber auch ganz praktischer Naturschutz. Denn es muss vor allem verhindert werden, dass Regenwasser aus dem Dosenmoor herausläuft und dass Nährstoffe dort eingetragen werden. Denn das wäre das Endgültige aus für dieses Hochmoor, für dieses Biotop. Ja, meine lieben lieben Freunde, ein Grund zum Feiern heute. Ich bin glücklich und ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen hier. So, ich danke euch ganz herzlich für eure Unterstützung in der Vergangenheit, aber auch in der Zukunft. Und wie gesagt, wenn der ein oder andere mich unterstützen will, das wäre richtig toll. Das würde mich richtig freuen. Denn die finanzielle Belastung, die ist doch relativ hoch aufgrund dieser ganzen Geschichte hier. Ja, euch nochmal ganz herzlichen Dank, auch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier auf Nordbine.de. Tschüss!